Die industrielle Revolution hat die Grundlage geschaffen, um Gesellschaft und Wirtschaft für immer zu verändern. Jetzt sind visionäre Pioniere gefragt, deren Herz intakt der Lokomotive schlägt, um dieses Potenzial zu verwirklichen. Mit deinem Geschäftssinn stellst du die Weichen, um das größte Eisenbahnimperium des 19. Jahrhunderts zu erschaffen. Erschließe neue Städte mit großen Bahnhöfen, verbinde sie mit Fracht- und Expresslinien und lass so einen ganzen Kontinent zu einem Dorf zusammenwachsen. Präge das Gesicht deines Landes und erschaffe dein eigenes Eisenbahnimperium in Railway Empire 2. Untertitelung des ZDF für funk, 2017